Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Football Manager 23 mit dem nächsten Spiel und dem ersten wichtigen, und zwar dem DFL Supercup gegen RB Leipzig. Wir haben leider eine lange Verletztenliste hier, wie ihr seht. Aber gut, wir probieren es trotzdem. Auf geht's. Ja, das ist richtig. Deswegen spielen sie ja nicht, ne? Oh, Leute. So. Go. Ja, weiß ich. Jetzt spielen halt trotzdem, komm. Nein, in die Hände. So. Genau. Okay, gut. Go. Ja, bin ich. Zum Spiel. Ich gehe draußen, hol ihn. Komm, ich bin ein Pokal. So sieht's aus. Das ist das erste, wie wir mal durch den Haag. So, das zweite hier. So. Und dann mal los. So. 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 Vielen Dank. 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 Und Pfeff, zur Halbzeit, auf geht's. So... Okay. ... 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 Ich glaube das geschafft machen wir. Und fortfahren. Bässe Konferenz. Ich bin sehr glücklich. Okay, dann sind wir wieder da. Wunderbar würde ich sagen. Um noch ein paar Nachrichten zu lesen. Nächste Mail. Und den Super Cup. Wunderbar. Oh, ein bis zwei Tage nur. Gott sei Dank. Jawohl, super. Sollen wir wieder hingehen? Ne, das macht der Kuhdrener oder? Ja, das macht der Kuhdrener. So, fortfahren. Nächste Woche. Wir haben noch ein paar Minütchen würde ich sagen in der Folge. Oh Gott, jetzt kommt dieses komische Testspiel da. Ah ja. Ups, war zu schnell. Okay. Ich brauche eigentlich einen Stürmer, wenn ich schlecht sehe. Was kann der? Kann der auch vorne. Hmm. Falsche Neun kann ich auch spielen. Mhm. Gar nicht mehr so blöd hier. Ja. Bähungen. Ja. Okay. So. Hmm. Hmm. Ja, zustimmen, Gespräch beenden, gut. Nächste Mailer, Scouting, das kann man bitte mal löschen, wenn es geht, aber ich will eigentlich die Stimme haben. Okay, Fultron. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir so nochmal ändern. Nächste Mail. Ne, die bleiben alle. Ähm. Ich muss ein Angebot machen, sonst ist der bald weg. Der her. Transpherdatum machen wir aber, ich will ihn zum Saisonende haben. Ähm, Closing. So. So, ja, ein bisschen passend. Ja. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da und ein Abo, dann verpasst ihr keine Folge mehr von Football Manager 23. Jawoll, Schopo steigt wieder ziemlich ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde ich sagen. Was ist das hier? Achso. Hm. Hm. Ich pass auf, ihr kriegt hier weniger und machen wir hier nochmal, ne. So. So machen wir das, oder? Muss ja auch reichen. Hm. Okay. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Tschöö!